Sass Leute, hier ist der RaySat und willkommen zurück zu Battlefield 4 live mit Sven. Und ja, wir haben jetzt beide länger nicht Battlefield gezappt, also zwei Wochen oder so. Das ist jetzt meine zweite Runde, Svens vierte. Und es wird jetzt mehr Let's Fail als Let's Play, vermute ich. Die MAD ist auch richtig scheiße. Ja, die MAD ist richtig scheiße. Das ist nicht so Sniper gegen keine Chance. Und richtige Scheißspawn, die sind alle neben mir. Ja. Ich weiß gar nicht, wo hier einer angezeigt wurde. Bei mir war einer angezeigt, bin runtergegangen, nee, nicht gefunden lieber. Hauptsache von drüben wird schon drüber gesnipet. Hä, wo ist denn der? Das zeigt mir da hin, der ist da nicht. Hier ist keiner. Hier, da. What the fuck? Hä? What the fuck? What the fuck? Ich hab grad einen Glitch gekriegt, mitten in der Aufnahme. What the fuck? What? What? You, what the fuck? Oh my God, 200 schimp. You, ich hab noch nie einen Gegner so rumlenkt. What? Hä? Wo? Was? Äh? You. You. Was war denn das? Das hättest du grad sehen müssen. You. So was hab ich noch nie gesehen. Hä, was denn? Der Typ war angezeigt, war aber unsichtbar und... Wuuuuh. Frenn um dein Leben, warte schnell. Der Typ war angezeigt, war aber unsichtbar und ist immer, wenn ich auf ihn anvisiert habe, weggegangen, äh, verschwunden. Und wenn ich hin, äh, wenn ich in eine andere Richtung geschaut habe, war er wieder da. Läuft. Hä, es steht hinter mir auf einmal. Das ist eine Minute lang. Also wirklich immer, hin, 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 weg, what the fuck? Es ist einer, es ist einer. Ich seh's, ich seh's. Habin. Oh, das war. Es sind überall welche, es sind überall welche, pass auf. Die sind auch oben. Oder auch nicht. Alte Tote ist eine, Achtung. Links. Wie viel Cs K6, also du kriegst mich nicht mehr. Doch. Das schaffst du nicht. Nein. Oh mein Gott. Wie kann ich dich da nicht kriegen? Ey, schützt es aus ein. Das ist sogar noch mehr retarder. Das, what the fuck? Das ist gerade der lag. Der ist hier runtergesprungen. Aber wo ist der zweite hin, den er wiederbelebt hat? Ich hoffe, der lebt nicht. Ey, was? RPG vom... Die sind mal ein bisschen scheiße bei dem Deathledge. What the fuck? Ich hab'n 4-0. Alle hinten 4-5. Ich spawn immer am gleichen Fleck. Jedes Mal. Oh mein Gott. Und er spawned dahin. Er spawned dahin. Was ist das denn? Ey, es sind alle da. Oh mein Gott. Er ist hinter mir. Ey, was? Hä? 6-0. Er kommt hinter mir? Jo, hast du Moni. Nee, ja, aber ich bin tot. Aber er steht einfach nur hinter mir. Ich brauch sowas von Moni. Ich hab'n 6-0. Läder, wo ganz... Ach, bin ich hier oben. Ich weiß, ich spawn hier oben. Toll das spawnen. Ja, klasse. 7-0. Nein! Wie geht die Moni von der Diegel aus? Ja, lauf, lauf, lauf zu mir. Oder irgendwie. Ich versuche dir zu helfen. Oh, da komm ein. Noch ein. Ja, geh hinter das Ding. Bin hinter dem Scheiß. Bleib mich hier. Ja, hier ist Moni. Danke. Hey, die Map ist kacke. Das war voll richtig knapp. Wort von rechts. Wurde ja auch von dem Ding da hinten. Bah! Er headshotet mich. Oh, 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 man. Kannst du mich wiederbeleben? Danke. Ganz safe. Ich geh aber außen rum. Kein Bock da mitten rein zu rennen. Ja, das ist scheiße. Und sie kommen eh schon in unsere Richtung. Typ hat mich schon gesehen. Ich bin schon wieder tot, Alter. Oh my God. Alter, ich werde schon wieder wiederbeleben. Danke. Ja, juhu. Da kommt keiner. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung von wo. Ich lauf einfach außen rum und kletter dann die Leiter hoch. Das ist vielleicht sicherer. Oh, was? Alter, scheiße sind hier viele. Achtung. Da rechts kommt nicht einer mit der RPG. Okay. Um die Häuser alle herum. Achtung. Oh, scheiße. What the fuck? Brauche ich eine Claymore. Ja, tu mit deinem 10 zu 0 hier. Das geht. Ich habe echt ein 10 zu 0. Juhu, ich habe ein 10 zu 0. Wie mache ich das? Die Map ist so gay. Ich weiß nicht, was ich mache. Achso, da vorne, wo du hinschaust, sind einige. Und hier drin ist auch... Plus auf die Distanz will ich nicht schießen. Hast du den bei dir? Äh, irgendwo ist er in dem Haus. Oder auf dem Haus. Ich sehe ihn aber nicht. Oder der hat selbst Mord begangen. Achso, hier kommen eigentlich einige, um auf unser Haus zu. What? Ich bin gerade kurz weggespackt. Auf unser Haus. Wenn man das Haus nennen kann. Ja, Trümmerhaufen. Juhu, ich komme da nicht drüber. Aber dann nehme ich halt den Kill. Oh, ich passe hier links auf. Schau mal, ich werfe ein paar Granaten da durch die Lücke. Ich werde Muni holen. Ey, überall da hinten ist einer. Scheiße. Werfen wir die Pack. Fuck. Da gehe ich mir ganz sicher weg. Das sind sau viele, was auch. Oh, shit. Alter, scheiße, sind da viele da links. Nein, ich bin tot. Fuck. Ich stehe mitten im Haus. Jetzt sind beide tot. Du und der andere. Da kommt eine, Achtung. Will ich mich wieder, wenn es geht? Ich hänge! Jetzt ist zu spät. Ja, ich bin am Haus gehängt. Hangen. Gehangen, gehängt. Alter, da kam so viel. What the? Nee, nicht dein Ernst. Ich bin gerade gespawnt. Komm zu mir, helf mir. Ich bin retard! Ich hätte die Waffe nicht wechseln sollen. Oh mein Gott, kannst du mich wiederbeleben? Nee. Oh mein Gott, ich hatte ein 12-0 oder so. Ich habe ein 13-0, aber ich bin tot. Oh mein Gott, er hatte drei Leben und ich wechsel die Waffe. Warum tue ich das? Warum tue ich das? Oh mein Gott, nein. Nicht bei einem 3-... Es war ein 12-0. Dann habe ich halt noch eine Hilfe zu das Kill, aber... Nein! Nein! Warum tue ich das? Egal, gibt es erstmal ein Battlepack Opening hier noch? Und was gescheits? Oh, Rundgriff, 3-Strahl-Laser, nur Scheiße. Geil. Geil. Mann! Mann! Das hätte zu Null werden können. Wetten, jetzt kriege ich noch 3-4 Tode aus Prinzip rein. Weil wenn schon nicht zu Null, dann schon viele Tode. Nee, ich mache erst mal einen Kill. What the f... Alter, die sind alle da oben, Scheiße. Oh mein Gott. Die sind eher alle da unten. Ich hole das Messer raus, weil ich... Falsche Taste-Trick. Ach, fuck. No, what? 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 Ich habe mich selber gemacht. What? Die Granate ist doch wo ganz... What? Das kann es nicht sein. Nee, das kann es nicht sein. Juch, das muss ich mir anschauen, wie ich das gemacht habe. Juch. Ey, sind da viele, Mann. Das gibt es gar nicht. Was? Die Granate ist doch über den Container. Wie habe ich mich da selber gemacht? Was? Ja, komm, bitte, liegt da in der Ecke. Bitte sei biest. Dann komm, umher, wo du bist. Ja, ich sehe es. Es gibt einen Tod. Ich weiß nicht, auf der Seite der kommt. Gegenseitig. Gegenseitig. Juch. Nein, ich hatte einen 13-0. Ich hatte einen 17-3. Oh mein Gott, ich mache das ganze Game noch kaputt. Aber den Save-Kill verstehe ich immer noch nicht. Links neben uns sterben alle. Fuck, die werden alle weggesniped. Und ich rang voll geistig zurückgeblieben, mittendrin rum. Einfach nur... What? Ey, shit, Mann. Ich habe zwei Tode aus Dummheit. Und einen, weil wir uns gegenseitig geteilt haben. Mann. Ey, da oben sind so viele. Oh, Mann. Ich renne zu arg rein, mittlerweile. 19-4. Ach, komm, ich mache das ganze Game noch kaputt am Ende. Oh, Mann. Schauen wir mal, ob ich von der anderen Seite kommen kann. Oder ob das einfach nur ewig dauert. Hä, es gibt nur die eine Treppe da hoch, gell? Oh, shit. Ich weiß, aber wenn ich... Da stehen ganz viele unten. Wenn ich von der anderen Seite unten komme, ob ich die wenigstens hier unten abräumen kann. Das ist mein Ziel. Das war übrigens Aim. Und den kriege ich noch. Alter, ich kann nicht so schnell nachladen. Fuck. Ich hoffe, dass ich da rüber kann. Muss ich hier ans Land gehen. In der Hoffnung, hier nicht drauf zu gehen. Aber es geht. Also, ich stehe auf jeden Fall mal unten auf der anderen Seite. Jetzt muss ich schauen, sind die da noch alle unten? Oh mein Gott, der steht da oben mittendrin. Sein Hoden. Nein. Ja, ich komme jetzt hin auch noch. Es gibt doch noch eine Leiter, die du gerade hochgehst, oder? Ja. Weil hier oben ist aber keiner mehr. Ich schaue, ob ich noch einen erwische, aber ich glaube es nicht. Ne, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ja. Okay, ich kriege keinen mehr. 23,4. Zweite Runde des Tages. Mit 3,0 gestartet. Am Ende leider noch ein bisschen verkackt. Mit einem 10,4 am Ende noch. Geht. Hat sich richtig gebockt. Ja. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Fasst sogar Level ab, oder? Oder? Ja, es geht. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch gefallen lassen, ein Abo da lassen, oder das Video zu deinen Favoriten hinzufügen. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil von Battlefield, oder im nächsten Teil von Gran Turismo, oder im nächsten Video einfach wiedersehen. Servus, Leute. Servus. 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 Vielen Dank.